In dieser Woche möchte ich von meinen Mädels sehen, ob sie auch in absoluten Extremsituationen abliefern können. Die Zeit geht los ab jetzt. Wenn die Zeit nicht wäre, werdet rückwärts gar nicht so hoch. Das ist echt schwer. Dann passiert eine Sache und ich hab direkt Angst. Hier siehst du es schon. Guck mal wie hoch. Oh Gott. Guck wie das wackelt. Das sind meine Mädels. Die sind tough. Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Donnerstag 20.15 Uhr. ProSieben. Ja.